ARD Text im Auftrag von Funk Dieser Zettel klebt ans Tiefs Schreibtisch. Tandori Chicken 48. Unsere eigene Unternehmensberatung klaut meine Passwörter. Das ist gut. Passwort. Geh mal zum Friseur, du siehst scheiße aus. Du trägst seit fünf Jahren denselben Pulli. Flirtet irgendjemand mit dir ab und zu? Das ist alles schrecklich, was du da redest. Das sind alles Platin-Tönen. Ich möchte einfach sicher gehen, dass ich nichts übersehe. Ich habe den Eindruck, dass sie unglücklich ist. Ich spreche von einem Test. Tun Sie es für die Liebe. Das ist keine Liebe, das ist Paranoia. Er braucht Veränderung. Gib ihm diese Veränderung, bevor es eine andere tut. Nein! Doch, sorry. Was kann ich für Sie tun? Ich würde gern junger aussehen. Das ist ja irre. Wir machen unser ganzes Geld mit dem Färben von grauen Strähnen. Und jetzt kommen Sie mit so einer abgefahrenen Idee hier an. Alles fein, alles gut. Wir führen eine extrem glückliche Beziehung. Steve! Hallo. Ich bin eine emanzipierte Frau. Du musst raus aus deiner Komfortzone. Ich weiß gar nicht, ob ich dich wirklich kenne. Du müsstest es herausfinden, nicht einfach fragen. Ich werde dich zurückerobern. Corona hat dich verlassen? Nein. Ich werde diese Frau zurückerobern, bevor sie auf die Idee kommt, mich zu verlassen. Weißt du, warum ich das tun werde? Weil ich es kann. Liebst du mich? Ja, sehr. Ich dich auch. Sehr. Gut. Ich werde mich überrasen. Ich werde mich überrasen. Ich werde mich überrasen.